warum ja junge wdm wir haben hier irgendwie ein monster lag problem ich will wieder raus hier ich will nicht sterben ah da bist du doch verdammte scheiße ist ne ravine was ja ich hab ne ravine gefunden ach die ach du scheiße der untergrund ist voll komplett aus wasser und lava interested okay ja weiß ich nicht habe gerade andere probleme ja ich kann nicht mehr mitspielen wieso ja wieso warum ich bin in so einen komischen abgrund gefallen und pack mich hier gerade okay das ist glaube ich nicht so schlau oder wenn ich jetzt okay dann warte kurz ich rette dich gleich ich habe mich selber gerettet ich hatte zwar keine kein dirt mehr in der hand aber irgendwie was denn wenn ich auf diesen abgrund rechts klicke na ja dann erscheint da dirt obwohl ich gar keinen mehr hatte ja das ist glaube ich so ein problem von wegen mit chance also du kriegst den falschen chunk angezeigt ja ist egal ich bin gerettet ja okay gut nicht wundern was gleich passiert ja ist alles beabsichtigt du machst mir gerade angst so jetzt mache ich mir eine toolbox goddammit ah nee ich habe schon eine ich setze ich dir auch hier rein was wir jetzt gerade machen genau war das alles ich habe kein eisen mehr irgendwie wollte mein charakter gerade nicht ertrinken warum willst du dich ertrinken was zum teufel machst du aber bitte keine sachen verschlampt mir nein ich habe mich ausgezogen und wollte nicht verhungern und bevor ich geld essen verbraten wollte ich mich kurz umbringen okay grüne freunde aber irgendwie wollte mein char das nicht aber jetzt ist ehe nacht also wird gleich irgendwas kommen und mich rapen alter wie lang braucht der creeper um zu sterben vorausgesetzt ja sport mal irgendwas außer die kuh dahinten sagte er jetzt und dann weniger als ein paar sekunden spawn wahrscheinlich gleich 10.000 die ich ja die mir den arsch versorgen ich dachte wollte sterben ja wollte ich auch what the fuck uhn uhn skeleton skelly hier hinten komm hallo weißt du baller mich ab hallo er darf doch nicht in die andere richtung und cool lass doch mal das skeleton in ruhe komm her jetzt au oh er ist so doof weißt du ich stehe auf der stelle und er schießt über mich rüber zweimal ich glaub's ja wohl nicht ey so ohne sind torches bin ich hergekommen nein 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 ich glaube hier war ich schon eigentlich wollte ich die ravine finden das hast du schön gemacht hat auch nur drei jahre gedauert hey du so ich verteilige jetzt wow wow hey 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 hat sich ja schön an ja der dieser der dieser stirb komm nimm das schwert in die hand ja 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 flüss Vaterland und jetzt mit dem Enderman bam komm her damn it Hörst du das eigentlich? Ein kleines bisschen, aber ich hör die ganze Zeit so ein Das ist aber ne gute Cholesse, mach weiter Enderman und Spidey Die Ravines, die ich eben gerade gefunden habe Schnell, die Stinks in die Chest und Ader ist der Enderman Komm her Patsch, dammit Komm her Ich reiß dir die Hodensack aus, Entschuldigung Dammit Was machst du da? Ja, die Base verteidigen Ja, ich bin am Spawn, bin am Spawn und verteidige Bäm, ne Enderperle Was ist denn ein Teufel? Ich bin am Spawn und verteidige die Base Du meinst also unseren Spawn, die Bette Jaja Und so überlebe ich dann meine Nacht Moment, jetzt wo ich gerade Zeit habe Moment Achtung, meine Güte Was denn? Naja, nach meiner Kopfrechnung gerade Können wir ungefähr vier Stunden aufnehmen Was? Ja, ich weiß Wir werden nicht so lange aufnehmen Ich meine jetzt nur, weil normalerweise kann ich immer nur zwei Stunden aufnehmen Bevor mein Speicherplatz alle ist Aber da ich gerade in 27 AP aufnehme und in 30 FPS und so Reicht das für vier bis fünf Stunden Ich versuche gerade eine Angel zu bauen, du findest doof dazu Technik, Frauen und Technik Hä, wie funktioniert denn das mit der scheiß Angel? Du machst einfach Unten links Holz Mitte Holz Oben rechts Holz Und ans rechten Stick dann eben die zwei Seide unten nach unten Verstehst du? Äh, Holz oder Sticks? Ja, Sticks Sticks, Sticks, Sticks Wo mache ich die hin? Unten links? In der Mitte Ja Und oben rechts Und jetzt die Seite rechts, äh, rechts unten und rechts in der Mitte Rechts, man Hä? Da aber keine Scheiße Ist so Ne, das geht aber nicht Bist du blöd, oder was? Ja, ich hab unten links, mitten und oben rechts, ne? Dass es so eine Linie gibt Ja Und dann in der Mitte unten und unten rechts Nein, 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 ganz rechts unten Also unter der, unter der dritten, unter dem dritten Stick Ach da Weißt du, du machst doch eine Angel, indem du die Seite in der Mitte machst, weißt du? Das ist wie so ein, wie so ein, äh, Pogo-Stick Oh Gott Ich will es jetzt gar nicht Oh, ich hab die Ravine, glaub ich, gefunden, oder? Ne, doch nicht Ne, ist aber Lava Scheiße, ich hab die Angel noch dabei Kannst du mal aufhören zu sterben und stattdessen nicht sterben? Hä, mir passiert doch überhaupt nichts Gleich steht das wieder Pass auf Wo sind denn meine Alter, wir haben keine Torches mehr Wir haben doch Kohle Hab ich auch grad gesehen Warst du, warst du in der Ravine? Ja Sag das doch früher, Mann Ich dachte, hier unten ist was Meine Fresse Haben wir Flint genug? Wir haben Flint Hast du Flint gefarmt, oder war das Kohle? Ich hab keine Ahnung Ich hab Kohle, ich hab Kohle gefarmt Okay, weil ich dachte, wir haben noch Dings Ähm Hier nix fliehen Hier nix fliehen Hier nix fliehen Du gehst weg So, jetzt muss ich aufpassen Na, toll Du willst es so, ne? Du willst es so Headshot! Headshot! Phonetic Headshot Controller Essen Nein Wetter So Ja, in der, in der, äh, wo du grad bist Da hab ich doch die Diamonds gefunden Echt? Da war nix Jupp Okay, die bekomm ich nicht mehr Was bekommst du nicht mehr? Das Redstone Das ist in die Lava gefallen Boom Ich hab's gehört Was? Gehört? Alter Ich bin auf Layer 10 Wie hörst du das? Weiß ich nicht, aber ich hab's gehört Aua Ah Das ist mein Lied gerade Was, die sind jetzt so Achso Ich guck kein Pornon Okay, Creeper, du stirbst Boom Wie war das noch mit den Regeln für die Pornos? Äh, Moment, Moment, Moment Ich wollte, Pornos sind erlaubt Ich meinte nur, dass du nicht erklären sollst, äh Was du in deiner Freizeit so machst Achso, okay Gott, der nimmt immer das Wasser Genau Meine Torches gehen aus Genau Ich hab's oben mal ein bisschen sicherer nachts gemacht Ja, okay Weil ich hatte es so ein bisschen Naja, satt, dass die Viecher immer neben unserer Base spawnen Gott, dammit Gott, ich weiß Ich hab keine Ahnung, wo ich bin Das kenn ich Aber das hab ich immer im Real Life Ja, im Real Life hab ich das auch Dammit Dann tauch ich irgendwie in Kanada auf Oder sowas Und es ist auf einmal so kalt Im Sommer Toll So Wie ging das eigentlich, dass man so zoomt irgendwie Ging das nicht auf? Ja, aber nur mit Optifine Kannst du vergessen Hast du nicht drin, oder? Nö Hier siehst du Oh, one hit Hm So Hier warst du überall schon Oder ich So Was zum Teil, was machst du da eigentlich? Fischen Du fischst die ganze Zeit Nicht die ganze Zeit Seitdem gerade Hast du Spaß? Ja, ich habe Spaß Ich fühl Spaß Ich fühl Spaß Das gehört alles dazu, ja? Ja, okay, okay Ups Ich hasse Fisch Was? Ich hasse Fisch Also in echt jetzt nicht Hier will ich nicht unbedingt Fisch essen Okay, schaffe ich das? Ja, das schaffe ich Okay Was schaffst du? Hier warst du Ja Tschüss Zombie Achso Du fällst in die Lava Ja, aber by the way Im Real Life hasse ich Fisch eigentlich auch Siehst du Keiner mag Fisch Fisch ist scheiße Kotig 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 Oh, ich weiß auch Hier Hier hast du einen Diamanten Ich weiß ganz genau Wo du einen Diamanten Abgebaut hast Echt? Wasser Ja Ich kann es erkennen Lol Eine Fackel Und dann dieses Zweimalzweiloch Weißt du Und du hast dich hier mit Kabelzone drüber gegraben, oder? Ja Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen Vorsicht da sein Bäh Okay Okay, wo kann ich jetzt noch hingehen? Aua So, und jetzt die zweite Schaufel, die ich nicht dabei habe Fuck Oh, das war knapp So Wieso, was war denn los? Ich bin fast in so einen Strahl aus Lava gelaufen Einfach so Der war vor mir, ich laufe auf ihn zu Das war so ein Moment der Erleuchtung, verstehst du? Besonders intelligent ist es nicht Ich weiß Deswegen ja Erleuchtung Ich sammle gerade Pilze Das ist sehr schön Hier waren Pilze Ja Ich weiß So Alles erforscht Es gibt nichts mehr, was ich nicht kenne Au Oh, hier ist noch was Hm Oh, oh, die Ich hab immer Angst, ey Was? Ja, hier sind immer so Lücken im Boden Achso, dass runterfällst du in Lava, oder was? Nee, dass ich runterfalle und mich wieder so festlegge Hier ist schon wieder so ein Ding, ey Warum ist mein Wasser hier lila? Genau Ja, meine Minecraft-Freunde, seht euch das an Es ist das fliegende Hühnchen Oh, Hühnchen kann fliegen Heilige Scheiße Ganz ehrlich, das macht mir Angst Genau ofconstrufte Ja, вами unser Besuch Da más Ja,ибо Ich kann es